schlagen den sandhain würde ich auch gerne mal wissen was wir können jawohl erstmal willkommen zu alford gerade im kampf aufgenommen mal schon mal hier zum nächsten ort gelaufen weil ja das ist nicht so spannend wenn wir laufen ok sie können das ja sie ist nicht so die habe ich habe alles für die waffe von denen und nur noch ich glaube eine mistkabel keine ahnung eine mistkabel ja da macht man eine senze draus keine ahnung wie aber das wird eine senze naja auch auch ja 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 Boah, Keksbogen, krass. Wo ist Rezept hin? Eben das Rezept geloatet. Das hab ich geloatet, na. Oh. Hier liegt's, nimm's. Das haben wir jetzt. Ja, war jetzt nicht so der große Dungeon. Zum Glück. Und ich finde, die Schiffsrax ist das nächste. Kann man die überhaupt betreten, ist die Frage. Auf jeden Fall war da irgendwas Großes. Okay. Wenn du dich erinnerst. Das Slime war diese Abkürzung, die haben wir schon gemacht. Ich glaube, das ist ein Manticore. Laufst du gerade mit vier Meuchelzungen. Mann, die Kostache ist eine Quest, die wir noch offen haben. Müssen wir nach Birkstein. Ja, ich brauch auch einen. Also, okay. Das ist wichtiger als die Quest. Meinst du wirklich, dass wir uns mit ihm anhängen sollen? Jetzt. Naja, der ist gut geschwächt, wenn dann... Also, wenn dann jetzt... Wenn du hast recht, der hat nicht viel, ja. Okay. Hab ihn erschossen. Ja. Bitte ab dem Stachel. Ja, zwei. Zwei, okay. Alpha Fleisch, ist das so? Hab ich Salz, dann kann ich Alpha-Jurky machen. Wenn wir hier durch das Tal rechts von uns gehen, kommen wir zu dem Festungsding aus der Map. Ja. Komm, wir gucken erst mal, ob hier was Betretbares ist in dem Schussfrack. Weiß, es steht da zwar... Nee, okay. Part Chipfax hat keine Klammer in der Wiki. Also, ich glaub, nur weil es in Klammern steht, ist betretbar. Kapitänskajüte. Ah, doch, geht. Okay. Wollen wir uns die Wiki nicht ab? Bei den meisten Orten haben sie nämlich in Klammern geschrieben, wie die... Dinger heißen, wie du betretst. Da stand jetzt nix. Als ob der jetzt daneben gegangen ist. Der war von Tal getroffen. ... Bis zum nächsten Mal. live namen eines drittes was hast du gefunden ja da war noch ein bisschen gut von die hackballelebade und das zählen nicht so viel wert ich kann mir endlich mal einen neuen durch machen hier geht es nicht rein diese tür befindet sich einen enormes schlüsselloch kann man hiermit interagieren da steht es da aber brauchen wir in den schlüssel alles ist zur festung gelaufen obere ecke abgeklappert es ist noch ein hai genau ich glaube ich bin weg ja Das war's für heute. Hehehe Elektrisches Labor Das ist nicht nett, glaube ich Oh Gott Viele Hewe Och nö Die Hebel sind so blöd Was wollen wir jetzt hier? Nein, hier ist er nicht Da geht es dann weiter, aber Wir müssen hier wohl erstes Ding drehen Also wir müssen den ersten anderen Hebel betätigen Hehehe Oh Mann Ah Hast du Bock, Tobi? Den Dungeon Nee Oh guck mal, unsere mechanischen Freunde Oh Die haben wir noch nie gekämpft, mal gucken wie die so ticken Doch, aber wir sind weggerannt Das kann man ja nicht kämpfen nennen Das kann man ja nicht kämpfen nennen Wie im Winkel ist das hier schon wieder Glaubt, die haben dich gesehen Ja Ja, ich bin doch schon im Keller Die Ich bin ewig weit weg Alter, wie tief geht es denn hier runter Ich habe keine Lichtquelle jetzt bei mir Ah, ich kann das vergessen, hier lang zu laufen, ohne dass ich könnte Ja Das ist wieder kommen, das heißt Was sind die Viecher gleich in die Arme Also eines der Viecher hat sich gesplittet, das Feuervieh Ah, da ist es Kriegst du's? Hi Hier sind die anderen beiden Guten Tag Servus Was machen wir jetzt? Wir kämpfen gegen das eine Guck mal, das ist alleine Oh nee, jetzt kommt sein mehr Weg ist es Soll Er ist aus dem Staub machen, ganz assi Da lockt es viel mit dir hoch Ja, das hat dir gefallen Das ist voll der EASI-EASI-EASI-EASI Damit haben wir immerhin das erste von den Viechern tot. Ach nee, ist das Ding, wo wir natürlich etwas bewegt. Okay, kann aber nicht mehr. Ich hab's tot, das ist nur zwei übrig. Ja, ne. Strom, fünf Stromspülen würden dieses Gerät reparieren. Okay. Was macht der hier? Ich kann auch nicht mehr so viel tragen. Das ist aber doof. Hast du es ab? Nein, ich hab hier hinten einen Hebel gedrückt. Muss ja irgendwas gebracht haben. Der fährt jetzt irgendwas. Der hat jetzt weggefahren. Aber es muss ja auch Sinn haben, dass es den gibt, oder? Ja. Das war hier unten eigentlich. Ja, da geht's noch weiter. Aber es ist doch dunkel. Okay. Überall noch weiter. In jede Richtung. Das war immer noch nicht mehr. Jetzt größer jetzt mehr. Ganz wichtig. Was macht das? Hier geht es nicht weiter Hier geht es runter Hier ist ein toter Schrimp Achtung Au Na ohne Ferne, es sieht gut aus Immer an dem Gutschaden, ich habe Blitzschaden Hat zumindest ein bisschen was Au, au, es kann nicht mehr rollen Tschüss Oh Gott Ich bin ein Ich bin ein Ich bin ein Ich bin ein Hält mich schütten, ich hab's das Gefühl. Okay, ist an mir dran. Okay. Ich brauch nix, ey. Hier kommst du dir. Haben. Kada-Virus, Maske mit Feuerwiderstand, okay. Plutale Waffen, ne Stromspule. ich habe auch eine bekommen ja die werden dafür dass wir das Rätsel da oben lösen könnten hier die Küste kann ich nicht ganz looten das ist auch nicht so gut wie voll kommen wir dann zurück nach Levant ich habe schon gesagt dann war ich ja eh gleich angemuss hehehe 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 so blöd hehehe ok ich war offen vor dem Spiel hehehe 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 das ist eine so blöde Spiele ach so jetzt bin ich hier ich stehe hehehe 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 ach du scheiße es ist nacht hehehe 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 das will ich essen das will ich essen lauf Tobi lauf hehehe 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 ich habe sie auch so weiter getrunken so ist es zu blöd hehehe hehehe naja das ist der Hyatt wenigstens von uns abgelassen hehehe das kann ich gleich noch mitnehmen tropp mir das mal kann ich hier das Zeug bauen danke danke koppel auf koppel auf die ist kalt da habe ich doch was oh jetzt hat es hat der kockel oh man jetzt hat der kockel den den stein manches getriggert der läuft wie es ist der her das ist der her das ist der her das ist der her Ah ja, jetzt hat sich der German einfach oben wieder zum Steigen gemacht, mitten auf dem Weg. Da fallen bestimmt alle drauf rein. Safe. Ein Hamline habe ich jetzt einen neuen Dolch. Unterfrühre gleich, wenn wir nicht in die scheiß Stadt kommen. Buh-Buh-Buh-Buh-Buh-Buh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hey, ich bin nicht erfroren. Und Tobi, hast du schon Bock, wieder in die Lexer-Werkstatt zu gehen? Die was-Werkstatt? Ach so, ja. Ja, richtig, ey. Kann ich dir helfen? Wie lustig da. So, jetzt mache ich aber erstmal wieder ein bisschen Geld. Das ist mir gut. Willst du was kaufen? Willst du was kaufen? Hm? No. Also. Hm. So, lass mal kurz pennen. Jo, da mal ab. Wenn, dann musst du am nächsten Morgen, weil nachts will ich da nicht mehr raus. Gut, das ist die Vorbereitung vorbei. Fehlungen sind und bis zum nächsten Mal macht's gut. Ciao. Ciao.